Wer verdient sein Geld im Schlaf? Mensch, so einen Job müsste man da haben. Wird ja einheimisch. Bist doch Ausländer. Hey, ich muss eine Tonne Nitroglycerin nach Derek 16 schaffen. Das Zeug hier ist Nitroglycerin. Natombombe! Eine Tonne unter eurem Hintern, ein kleiner Bums oder ein bisschen Hitze und ihr seid gewesen. Fahrt zur Hölle. Jetzt gibt ihr an das Schwein. Mit meiner Prämie fahr ich zurück nach Kalabrien. Da wird ein Häuschen gekauft, ein hübsches Mädchen geheiratet, alles mit Prämie. Willst du nicht was reißen? Nein, die Zunge steckt mir wie ein Stück Holz im Rachen. Aber ein Glas Wein möchte ich trinken. In Paris. Luigi. Aus mit Luigi. Hey du Flasche! Tritt ja nicht auf den Frack! Hör auf. Das ist doch ein Blinder. Das ist ein Toter, Spazier. Und wer? Sind wir etwa Lebendige? Geh mir Kuss. Oh. Geh mir Kuss, Mario. Siehst du denn nicht, dass du mich dreckig machst? Mach keinen Blödsinn, Mensch! Beiseite! Hau ab! Ich kann nicht! Ich stehe doch fest! Halt an! Halt an! Mario! Mario! Meist dich, das haltet! Mario, halt doch! Mann! Mario! 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 Untertitelung des ZDF, 2020